ich bin so faul immer hier zu unterbrechen und sage hier sind wir wieder neu und unsere zuschauer wird sich auch nicht stören ich habe die dinge brach ihn dann raus ohne begrüßung selbst tvs hat man ja hoffentlich meine stimme kennt wer wer ist grün ist die gesprung natürlich nicht eigentlich so was rausziehen so einfach das spiel du erwarte ich jeden moment also schocker 10 messer drin ich will nicht was hier bestimmt die ich habe damit gebunden aber jetzt habe ich ein messer muss ich auch benutzen es lädt ist nie gut oder nicht schlecht regeln für die überwachung von testpersonen die teilnehmer an den experimenten müssen stets die folgenden regeln ja bitte die testpersonen müssen 24 stunden am tag überwacht werden überwarten sie die sensoren und achten sie auf änderungen notieren sie alle zehn minuten den aktuellen status entsorgen sie sofort alle testpersonen die anzeichen von ab numität zeigen ja was hast du dann ständigen die passen nager gedingt denn sie über blut sind muss wenn wir seine tage mich ja verteidigen also was bloß glaube wir können da unten durchgriechen glaubst du oder weißt du es dass wir gekocht dann könnte man ja und sie gegenseitig helfen und alles klar es ist ein ja nicht laut ich habe gewisses natürlich denn das und jenes eklisch ist wie ich musste ja was kommen ich weiß es nicht schon wieder aber nicht tot ich habe so viel sehr lieber tot ich komme dann hält kann man sich ein bisschen fies jetzt kraut ist gut sich zur heilung benutzen erst mal ich war folgt jetzt nicht ich guck mich erst mal um kraut jetzt schreck ich mich eh gleich ich kann nur von links oh das ist auch schon wieder was ich hier kommt ne noch mal ein glück oh jesus du wirst schalten ne zeige ich es nicht sagt wie wegt sie es nicht lauf dran vorbei na wo ist das andere fähig experimentierblockschlüssel das ist ja mal so zeigst du wer denn das ist ja 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 versiegler was war klar da beobachtet sind sie jemand so ein drecksgerl alter bring ich rum wenn ich ihn finde nicht öffnen wo ist mein messer ah da ist es schon vermisst einfach dass er gleich so tief aufreißt ne weißt du irgendwas kommt oh die türen sich bewegt das selten ich glaube ich darf ich nicht so schnell renne ich mitten in den nächsten schocker ich soll da hin sag von der anderen Seite verschlossen gefällt mir nicht oh man wo war das gehört kann ich was nehmen ne kann ich nicht nehmen ok richtig hier ist den nah ich etwas lesen natürlich nicht doch ach ein rubin hier ist ein reich so ruhig ist könnte ich kann so viel verschwinden schlüssel ist da drüben wir schon gleich ein griff sie es kommt jetzt werden konnte sich bewegt oder ich mach dich platt hat ja nur messer es reicht ich kenne sich aus der zu viel durchgemacht ich habe neun schüsse kann ich ja dann auch irgendwie war verwechseln charakter wechseln ich suche doch mit der lamp ich versuche ihn herunter zu schießen und dass mich ich bin das ziel ich habe ihn waffe wechseln ja nein vielleicht nicht charakterwechseln ich will auch verwechseln er zwei drüben nicht war mir doch klar dass alles passiert ich mache ich sparte du besser du arschloch du dreck ich mache ich sparte mehr ja ich bin weg ich weiß nicht was du machst ja wohin denn wirst ich hex der ich sterbe auf mich in ruhe tschüss Match glückte hoch 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 ja was machst du dann bleib ja ganze zeit dies passiert ist sie eben leidut heftiger schädel und ich bin ich über zwei schüsse vielleicht mal im munition nutzer ausgültige musik bedeutet hier ich noch jemand, was passiert gleich was, ah, alles klar, so kann ich ausweichen, stünde spät als drinnen, aber nicht, kommt der von da links, der ist da drin, der kommt, die spott, ja, das funktioniert nicht ausreichend, toll, ich bin ein bügge, ne, drecks, drecks, alter, besser, hab ich aufgenommen, ne, nach hinten, ah, gut, ausweichlich zwar nicht richtig ausweiche, schon wieder gebückt, na, sauberer Schuss, ja, Sport, und der Türgast, gibt gar nichts, das gefällt doch eh, weg, so, ich bin ein bügge, ne, besser, streck, 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 bleibst tot, sagst du, Sport, weiß Kraut, kommt an dir her, meine Güte, ne, ich befürchte sie, ich muss mich auch hier lang, oder, okay, von hinten, von vorne, ich habe nämlich Geräusche gehört, wir Office bei dem Tonnen, auf den Auto, ausweitzend, was in der anywaydet quartarie, ich mache dich etwas wieder. ein bisschen müssen z superintendent, OOM ,